Die Sportfreunde Lotte trifft am Samstag, 14 Uhr, auf den FSV CK. Der FSV CK trennte sich im vorigen Match 1 zu 1 vom 1. FC Kaiserslautern. Zuletzt spielte auch die Sportfreunde Lotte unentschieden 0 zu 0 gegen den Karlsruher SC. Im Hinspiel hatte Lotte mit einem 2 zu 1 die Punkte daheim behalten. Im Tableau ist für den FSV CK mit dem 14. Platz noch Luft nach oben. Die Heimmannschaft überließ den Gegnern in den letzten 5 Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg. Wer CK als Gegner hat kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 57 gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Die Sportfreunde Lotte holte auswärts bisher nur 14 Zähler. Nachdem der Gast die Hinserie auf Platz 13 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt die Elf von Nils Drube aktuell den 8. Rang. Lotte findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder, Rang 13. Die passable Form der SFL belegen 9 Zähler aus den letzten 5 Begegnungen. Mit erst 23 erzielten Toren hat die Sportfreunde Lotte im Angriff Nachholbedarf. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher 7 Sieger ein. Im Klassement trennen die beiden Mannschaften nur Kleinigkeiten. Während der FSV CK 30 Punkte auf dem Konto hat, sammelte die Sportfreunde Lotte bereits 32. Die Zuschauer dürfen ein ausgeglichenes Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften erwarten, zumindest lässt das bisherige Saisonabschneiden der beiden Teams diese Schlussfolgerung zu. Untertitelung des ZDF, 2020